Freunde, heute mussten wir mal wieder von Garys Schule entkommen, denn es gab ein Weihnachts-Update. Aber nicht nur das, es gab sogar ein Grusel-Update und das haben wir auf jeden Fall getestet. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen. Wir sind hier wieder in Garys Schule, aber das Ganze hat jetzt ein Weihnachts-Update. Und nicht nur das, das gibt es jetzt nicht nur in der normalen Schwierigkeit, sondern in der gruseligen Schwierigkeit. Und Freunde, wir wissen es alle, ich nehme immer die schwierigere Schwierigkeit. Deswegen nehmen wir jetzt hier gruselig. Ich bin mal gespannt, wie gruselig das Ganze hier sein wird. Die ganze Lamy Army ist hier auch schon wieder am Start. Und da sehen wir Gary, der Bruder von Barry, oder so. Oh Mann, oh Mann, ich sehe hier wieder ganz, ganz viele Leute, die das Lamy Cape haben. Also Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr müsst euch auf jeden Fall in meiner Roblox-Gruppe im Shop das Lamy Cape kaufen. Das ist das aller, aller coolste Cape, das es überhaupt nur in Roblox gibt. Und wir sehen hier auf jeden Fall überall diese ganzen Weihnachts-Dekos. Uh, 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 okay, okay, Freunde, wir wissen, wir sind alle immer noch in Weihnachtsstimmung. Moment mal, was gibt es denn hier? Oha, 1000 Robux kostet das. 800 Robux, 200 Robux und hier auch noch, was ist das hier? Ähm, Zuckerstange. Ähm, ja, ich meine, warum nicht? Das könnten wir uns eigentlich kaufen. Was gibt es noch? Moment mal, wir gucken einfach mal. Geschwindigkeits, bla bla. Unsichtbarer fliegender Teppich. Nee, Greifhaken, okay. Jetpack. Ja, nee, alles mega langweilig. Aber das hier kaufe ich mir gerne, so ein Zuckerstangenschwert. Okay, okay, okay. Ja, gekauft. Und er schreibt, hab Happy Face. Äh, das stimmt doch gar nicht. Ich hab das Super Happy Face. Oh Mann, oh Mann, Freunde. Das ist auf jeden Fall das teuerste, was ich in Roblox habe. Ich glaube, das Super Happy Face kostet gerade wieder über 100.000 Robux, Freunde. Und ich hab mir das, glaube ich, für 68.000 Robux oder so gekauft. Das heißt, Freunde, wenn ich das jetzt theoretisch verkaufen würde, dann würde ich 30.000 Bobux dazu gewinnen. Ja, ziemlich schlau. Aber ich verkaufe mein Super Happy Face niemals. Das ist das Lamy-Gesicht. Und ja, das kann ich nicht einfach so verkaufen. So, wir gehen hier mal rüber. So, ich muss hier wieder warten. Und zack. Okay, ich glaube mal, dass die Lamy-Army nicht die gruselige Schwierigkeit genommen hat. Ich weiß doch, dass ihr wieder alle die leichte Schwierigkeit habt. Oh Mann, ey. Ihr seid halt hier kleine Angsthasen. So, wir müssen hier mal durchgehen. So, oh Gott, oh Gott. Hat irgendwie gar nicht geklappt. So, hier ist schon Banani am abdänzen. Und uh, er hat richtig coole Batman-Sachen an. Okay, okay, okay. Batman ist auch ein cooler Superheld. Aber der coolere Superheld ist auf jeden Fall Spider-Man. Das ist ja mal ganz klar. Und Iron Man ist auch cooler. Aber der coolste Superheld ist immer noch Lamy. Oh, 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 nein. Oh, nein. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall den Schlüssel erstmal holen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, gib mir den Schlüssel. Ja, nein, ich hab ihn nicht, oder? Doch, 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 doch. Okay, ich hab ihn. Sehr gut. Oh, weia. Warum hat er eigentlich so einen dicken Oberkörper? Und so dünne Stockbeine? Und ich sehe seinen Bauchnabel. Oh Mann, oh Mann. So, einmal hier durch. Nein, nein. Das hat nicht geklappt. Oh Mann. Ja, dann auf ein zweites. Ich hab hier auf jeden Fall noch mein Schwert. Na toll. Das bringt mir auch nichts. Och Mann, oh. So. Jetzt lass mich hier einfach durch zum Schlüssel. Okay, 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 Freunde. Jetzt müssen wir es auf jeden Fall schaffen. So. Und Schlüssel nehmen. Ja, wir haben ihn. So. Jetzt müssen wir irgendwie auch noch die Tür aufbekommen. Dann kommen wir easy peasy durch. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir dürfen nicht geschnappt werden. Von Gary? Barry? Jerry? Ach, keine Ahnung. Oh, was? Hä? Warum läuft er mir immer noch hinterher? Oh. Ab, auf die Jungs-Toilette. Okay. Wir sind in Sicherheit. Oh Mann. Ich muss hier erstmal eine Runde pinkeln, Freunde. Ah, das tut gut. Hey. Habt ihr noch nie was von Privatsphäre gehört oder was? Macht die Tür zu. Oh Mann. Ihr könnt mich doch nicht einfach beim Pinkeln beobachten. Oh Mann, oh Mann. Ihr seid so sass. So. Einmal hier runter. Zack. Und nochmal runter. Oh. Oh. Okay. Hier sind wir jetzt in einem Vulkan oder so. Moment mal. Kann ich euch irgendwie attackieren damit? Komm schon. Nein. Hä? Oh. Hä lol. Hä, was war das denn? Moment mal. Irgendwie. Ähm. Ja. Ich glaube, das Zuckerstangenschwert backt oder so. So. Einmal hier rüber. Ey. Der hat mich einfach runtergeschobst. Habt ihr das gesehen, Freunde? Oh Mann, ey. Ah, dieser kleine Frechdachs. Ich werde den noch zurückschubsen. So. Kommt her. Und. Oh. Ja toll. Das hat ja super funktioniert. Ey Mann. Jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Ich bin so ein Noob geworden. Hä? Wollang muss man überhaupt gehen? Nach links? Oder nach rechts? Ähm. Keine Ahnung, Freunde. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal nach links. So. Müssten wir hier irgendwas aktivieren? Nee, oder? Hä? Okay. Irgendwie. Äh. Gibt das keinen Sinn oder so? Ey Mann. Oh. Ich bin einfach so schlecht geworden in Obbys. So. Hä? Warum gehen die alle da lang? Man kann doch eigentlich hier lang springen. So. Zack. Jetzt machen wir das Schwert weg. Und. Ja. Okay. Ähm. Banani. Was war das? Und was machst du da da unten? Sarah. Okay. 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 Wir gehen hier auf jeden Fall weiter. Keine Zeit verlieren. So. Die wartet schon auf uns. Aber. Wir müssen hier erstmal diesen Schalter umschalten. So. Und die Tür ist offen. Sehr gut, Freunde. Mir hinterher. Oh yeah. Ich glaube, Freunde. Ähm. Wir müssen am Ende noch gegen Gary kämpfen. Oh. 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 Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Okay. Oh. Oh. Roboter Gary. Moment mal. Können wir den hier in die Falle locken? Und. Er. Tja. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oh ja. Oder irgendwie so. Den Spruch habe ich mal in der Schule gehört. Keine Ahnung. Ähm. Ja. Wir müssen jetzt hier gar nichts machen, glaube ich. Oder? Tja. Einfach weitergehen. Okay. Oha. Was war das denn? Ein riesen Schneeball? Ähm. Okay. Oh mein Gott. Oha. Okay. Aufpassen. Hä? Warum ist der denn nicht gestorben? Wie unfair. So. Hier kurz warten. Oh Mann. Oh Mann. Okay. 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 Dann hier zur nächsten Grube. Und. Komm schon. Und jetzt können wir vorbeigehen, Freunde. Sehr gut und geschafft. Yeah. Wir sind hier auf jeden Fall wieder mit Weihnachtsmanlami am Start. Okay. 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 Sehr, sehr cooler Name. Und. Ja. Banani heißt Emily my mommy. Ähm. Ja. Wir gehen einfach mal weiter, Freunde. Ihr habt wirklich sehr, sehr sasse Namen. Okay. 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 Weiter geht's. Ähm. Warte mal. Geht's überhaupt lang? Hallo? Hier? Hä? Okay. Ich glaub, das ist sowas wie ein Labyrinth oder sowas. Okay. Lamyamy. Folgt mir einfach. Ich weiß zwar nicht, wo es lang geht, aber wir finden schon irgendwie den Ausweg. Oh. Hier ist es sogar. Okay. Okay. Marie wartet sogar schon auf uns. So. Ähm. Und jetzt sind wir hier wieder. Oh. In der Cafeteria. Okay. Ich hab sowieso ein bisschen Hunger. Moment mal. Was gibt es hier? Wir müssen erstmal gucken. Es gibt hier einmal. Oh. Salami Pizza. Oh mein Gott. Okay. Und. Oh mein Gott. Tacos. Ich liebe Tacos. Burger. Oh Mann. Warte mal. Sind die Burger alle angebissen? Ihhh. Wie ekelhaft ist das denn? Dann Kekse. Und. Dann haben wir hier auf dem Teller. Oh mein Gott. Nichts. Wir haben hier einfach Luft auf dem Teller. Das schmeckt natürlich am leckersten. Das schmeckt natürlich am leckersten. Was findet ihr am leckersten? Einmal hier Salami Pizza oder Tacos oder angebissene Burger, Kekse oder Luft. Schreibt es jetzt in die Kommentare, was ihr davon gerne essen würdet. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall hier eine Bloxy Cola nehmen. So. Gib mal her. Und jetzt werden wir super schnell. Okay. Oh. Der ist schon runtergefallen. Oh Mann. Das war Banani. Oh Mann. Die sasse Banane. So. Zack. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Wir dürfen jetzt selber nicht runterfallen. Das wäre sonst ziemlich peinlich. Komm schon. So. Zack. Und. Ja. Obwohl. Das ist doch eigentlich mega easy. Wie kann man hier runterfallen? Oh Mann. Wer hier runterfällt, ist einfach nur wirklich ein Noob. So. Wir haben es jetzt auch, glaube ich, geschafft. Oh mein Gott. Oha. Das war knapp. Okay. 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 So. Aber. Ja. Habe ich gerade gepupst oder gerülpt? Keine Ahnung, Freunde. Wir warten erst mal auf die Lamy Army. Ich glaube, ich bin als allererstes hier angekommen. Oh. Da haben wir. Oh. Oh. Doch nicht als allererstes angekommen. Aber. Da haben wir auf jeden Fall die nächsten. So. Lamis Hand. Okay. Und. Ähm. Ja. Toll gemacht. Egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter hier mit Batman. So. Batman. Komm mal mit. Wir schaffen das auch schon zu zweit. Ich muss auch sagen. Es sind eigentlich immer die ganzen Mädels vorne dabei gewesen. Und diesmal ist es ein Junge. War ja klar. Dass hier auf jeden Fall noch ein Mädchen ist. Oh Mann. Die Mädchen von der Lamy Army sind wirklich so krass. Höh. Grünes Licht? Moment mal. Wie grünes Licht? Ähm. Okay. Das ist einfach. Nein. Green Light und Red Light. Okay. 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 So. Und. Oh. Nein. Hä? Wie schwer ist das denn? Okay. Wir müssen davor auf jeden Fall stehen bleiben. Und stehen bleiben. Und. Okay. Rotes Licht. Jetzt kommt wieder. Komm schon. Komm schon. Hallo. Hey. Ah. Jetzt. Okay. Okay. Grünes Licht. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Und. Ich. Trau mich nicht. Oh mein Gott. Das war richtig knapp. So. Wir warten wieder ein bisschen. Okay. Ja. Freunde. Wie geht's euch? Habt ihr heute schon gegessen? Oh. Oh. Okay. Es geht weiter. Und. Ich. Trau mich nicht. Oh mein Gott. Sehr, sehr gut gestoppt. Lamy. Ja. Dankeschön. Okay. Okay. Weiter, 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 weiter. Und. Schaffe ich das bis zum Ende? Nein. Ich trau mich nicht. Okay. Sehr gut, dass ich gestoppt habe. Und. Freunde. Schreibt mal in die Kommentare. Was habt ihr heute so gegessen? Was habt ihr gemacht? Und. Es geht weiter. Ja. Oh. Da ist eine Leiter. Brauchen wir die? Ich glaube nicht. Oder? So. Wir sind jetzt hier. Uh. Okay. In der Umkleidekabine. Hier einmal die Leiter platzieren. Ähm. Hier ist auf jeden Fall auch eine Schlüsselkarte. Brauchen wir die auch? Ich nehme die einfach mal zur Sicherheit mit. Keine Ahnung, ob wir die brauchen oder nicht. So. Ey. Ey. Der hat einfach meine Leiter umgeschmissen. Ach. Mann. Na toll. Jetzt müssen wir die, glaube ich, nochmal neu aufstellen. Dankeschön, Batman, dass du meine Leiter umschmeißt. So. Und. Ja. Okay. Hier muss die Schlüsselkarte einmal rein. Und. Yippie. Jetzt geht es hier weiter. Aktiviert. Okay. Mal gucken. Ich bin immer noch gespannt. Müssen wir am Ende gegen Gary kämpfen oder nicht? Das ist hier die Frage aller Fragen. Okay. Einmal hier nach oben. Ich glaube sogar, wir müssten so langsam am Ende angekommen sein. Oh. Jetzt müssen wir hier erstmal eine Brücke bauen. Okay. Let's go. Lamy, der Baumeister, ist natürlich hier wieder am Start. So. Brücke 1 und 2 ist platziert. Brücke 3. Oh. Und jetzt fehlt nur noch die letzte Brücke. Oh mein Gott. Hä? Ich dachte, ich bin fast hingefallen. So. Wir müssen hier mal ein bisschen aufpassen. Ich glaube, hier irgendwo kommt Luft raus. Oha. Hä? Wir werden irgendwie weggeblasen oder so. Okay. Zack. Und. Ja. Wir sind durch. Hä? Was müssen wir hier machen? Ach so. Ähm. So. Zack. Aha. Schlau, schlau, schlau. Kopf, Lamy. So. Und ganz vorne mit dabei ist der Weihnachtsmann Lamy. Let's go. Hä? Haben wir es schon geschafft? Hallo? Wo geht es lang? Hier lang? Ja. Oh. Ey. Ey. Du blöde Tür. Oh Mann. Ey. Ich habe mich einfach weggeschlagen. Oh. Wir müssen leise sein, Freunde. Gary, der Direktor, schläft hier einfach auf seinen Bauch. Ja. Trampolin. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Wir suchen mal. Ähm. Nein. Nein. Hier irgendwo muss etwas versteckt sein. Vielleicht hier. Nee. Ähm. Hier. Nein. Nein. Äh. Vielleicht hier. Warte mal. Hier bestimmt, oder? Oh. Okay. 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 Sehr gut. Ah. Leute. Wir haben ja das Spiel schon einmal gespielt. Aber ich erinnere mich an gar nichts mehr, um ehrlich zu sein. Oh oh. Oh oh. So. Hier weiter. Hä? Ich glaube, der ist stecken geblieben im Regal oder so. Einmal hier durch. Oh. Was? Bibliotheksschlüssel? Was? Hä? Wo gibt es den? Ah, hier. So. Zack. Einmal mitnehmen. Und ähm. Ich glaube, Gary ist wirklich stecken geblieben da hinten im Regal. Na gut. Dann ähm. Brauchen wir den halt nicht. Hä? Ich komme nicht durch. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Okay. Sehr gut. Dann ähm. Einmal hier den Hebel ziehen. Und dann geht es nach oben. Döp. 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 Und ähm. Ja. Uah. Nach zehn Jahren bin ich auch endlich angekommen. Oh Mann ey. Das hat richtig lange gedauert. Macht mal euren Fahrstuhl schneller. Oh Gott. Oh Gott. So. Einmal hier rüber. Okay. Und hier erwartet uns ein. Ähm. Oha. Eine Rutsche. Ja. Oha. Okay. Oh. Ähm. Hallo? Oh. Ähm. Ja Freunde. Ich habe super Kräfte. Ich kann seit neuestem auch fliegen. Oh. Hä? Was geht hier ab? Hallo? Oh Mann. Okay. Okay. Das sah irgendwie ein bisschen sass aus. So. Hä? Warum ist der Weihnachtsmann so schnell ey? Und warum kommt hinter dem so Rauch raus? Okay. Äh. Mann ey. Diese blöden Türen schieben mich immer weg. Okay. Was brauchen wir hier? Ähm. Müssen wir irgendwas finden oder so? Ich glaube nicht. Oder? Ist hier irgendwo Gary? Ich glaube auch nicht. Hm. Okay. Ich glaube wir müssen einfach nur hier raus gehen. Und dann war es das auch schon oder? Hä? Wie easy ist das denn? Oh. Oh. Jetzt kommt glaube ich der Bosskampf Freunde. Wir sehen da vorne auch schon. Warte mal. Tech Formular von Mr. Gary. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall eine Rakete. Nimm das. Und warum sieht man seinen Bauchnabel? Und warum kommen aus meiner Bazooka Hotdogs raus? Oh Mann ey. Ich würde die lieber essen anstatt wegzuschießen. So. Immer auf den Bauchnabel ziehen. Ganz, ganz wichtig. Immer auf den Bauchnabel zielen. Freunde. Ganz, ganz wichtig. Das ist glaube ich seine Schwachstelle oder so. Okay. Der sieht aber schon ziemlich komisch aus. Oh, oh. Freunde. Ich muss aber auch wirklich sagen. Ich habe jetzt in letzter Zeit so viele Obbys und Escape Spiele gespielt. Ich habe wieder Lust, dass es ein neues Lamy Escape Spiel gibt, Freunde. Und wenn ihr darauf auch Lust habt, dann lasst jetzt einen dicken Daumen nach oben da. Okay. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Oh. Ähm. Hallo. Okay. Das ist glaube ich nicht der echte Gary. Oh Mann ey. Da hat sich jemand in Gary gemorpht. Moment mal. Das will ich auch mal machen. Und dann erschrecken wir mal den einen oder anderen in der Halle. Also die Leute, die noch nicht hier sind. Moment mal. So. Laufen. Zack. Okay. Wir laufen jetzt mal zurück zur Schule. Mal gucken, ob wir irgendjemanden hier erschrecken können. So. Es sind glaube ich noch nicht alle hier angekommen. Und. Ah. Lauf weg. Ähm. Yeah. Okay. Okay. Warte mal. Da vorne ist Banani und. Ha ha. Ähm. Hä? Warum hat er keine Angst vor mir? Ach Manu. Hat da niemand Angst vor uns, Freunde? Ja. Oh. Ja. Der hat Angst. Ja. Ich werde deinen Po versohlen. Und. Er läuft halt wirklich weg, Freunde. Ich glaube. Der denkt wirklich, dass ich der echte Gary bin. Ha. Oh Mann. Oh Mann. Warte mal. Wir gucken mal, wann der nächste kommt. Moment. 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 Hier. Ähm. Aha. Ich glaube. Waren das schon alle? Oh Mann. Ich glaube, der Rest von der Lamy Army ist einfach viel zu lahm. Aber, Freunde. Das ist auch nicht mehr mit diesem richtig coolen Video. Und falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nie wieder verpasst. Das ist ganz, ganz wichtig, Freunde. Vielleicht könnt ihr links das letzte Video abchecken. Das ist auch ganz, ganz cool geworden. Und rechts könnt ihr den Kanal abonnieren. Das solltet ihr auf jeden Fall beides getan haben. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao.